Hallo und Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf dem Dreisteinhof am Wunderschönen Kulturwünsche euch. Jo, in der letzten Folge sind wir beim Rechen des Volk Nr. 13 stehen geblieben. Das haben wir abgeschlossen. Auf der Wiese 6 tut er gerade Schwadern, das Hei. Und jetzt fahren wir aufs Volk 7, äh, AFA glaube ich ein. Jo, das machen wir jetzt einmal. Und dann schauen wir einmal weiter. Jo, ich hoffe es hat euch die letzte Folge gefallen. Und dann könnt ihr jetzt gerne, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, abonnieren. Und dann schauen wir gleich weiter. Und natürlich, wenn euch das Video gefällt, natürlich gerne auch ein Like da lassen. Ah, der schwadert gerade. Der schwadert aber nicht sauber. Naja, auswählen wir mal. So. Da stehen die ganzen Fahrzeuge. Und da ist die Pelletale. Jetzt schauen wir einmal dahinten. Und. Yannides. Und dann schauen wir uns mal wieder. Und dann schauen wir uns mal weiter. Wie kann das? Bei den?! Und in die erste Zeit nutzen wir noch. Und dann schauen wir uns mal weiter. Und dann schauen wir uns mal auf. Und dann schauen wir uns mal. Okay. Hallo, du hast höchste Aufungen. Ai, ai, ai. Kurven sauber nehmen und dann geht's gleich los. Okay, man ist einsteigen. Warum fährst du? So, jetzt mal. Der braucht 15 Minuten, das macht er. So, er ist fertig da gleich. Ah, da hinten hat er wohl stehen gelassen, das können wir dann selber machen. Aber jetzt fahren wir einmal mit dem vom Feld. Und dann können wir die Prämo schnappen. Und dann können wir Struppel jetzt pressen. So, aber jetzt fahren wir erst einmal mit dem zum Vlog. Ui, ui, ui. So, jetzt fahren wir erst einmal. Und dann geht's dahin. Oh, hä? Okay, so, boah, jetzt gerade im Bus. Aber naja, jetzt geht's wieder weiter. So, dann geht's doch weiter. Nein, los da. So, komm runter, da. Kommen wir das einmal ins Lager. Ja, fahren wir einmal mit dem vor. Dann kuppeln wir vorne einen anderen MB-Tag dran. Dann knapp mal uns die Prämus mit mir holen und den Kuppel jetzt pressen. Ah, siehst du, ich habe mal vergesst. Ich muss überschreiben. So. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Dann kommen wir mit dem hinter zum Drescher, dann können wir den abladen. Dabei gehen wir dann mit dem anderen New Holland, wenn wir so einen Händler holen. Jetzt gehts auf zum Händler. Kommen wir jetzt einmal schnell zum Händler und holen uns die Primus. Dann gehts los auf dem Feld 13 mit Opel Express. Dann können wir noch die Häute lesen. Oder sollen wir zuerst das Hiepressen? Ah, machen wir zuerst die Hiepillets. Dann ist das Hiepsch nochmal vom Haushalt da unten und dann das Strucken wir dann später auch noch besser. Oder? Dann müssen wir kurz noch ein bisschen was zum Schwadern. Weil da hat ein bisschen frisch dengelassen oder liegen gelassen. Besser gesagt. oder? oder? Oder sind wir wirklich? Oder? Alsoulubexperren glyzzy. Drei die Hiepilletss da werden. Da ist jetzt ein paar Hiepilletss und kommst schon mal. Dann können wir das so ein bisschen was zum Händler. Du bist jetzt einfach mal. Übrigens K unchst. Dann können wir das mal. Ja, vamos dann gemacht. Dann bin ich schon mal. Ich freue mich die Händler. Appenturen. Mann, fastas. Oder noch einmal noch und dann ist eh alles zum Geschwadert. Open Bommel con mit Passtens. Und dann ist er mal fertig. So, dann können wir uns die Bäume schnappen und dann fressen wir auch mal die Balance. Aber ich sieg da oben schon, damit der Drescher bei 80% ist. Ah, da ist jetzt wieder der Enbit. Den fahren wir schnell auch zum Hof. Dann können wir eigentlich schon die Beläts pressen. Dann müssen wir wahrscheinlich eh bald wieder den Drescher aufdanken. So. 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 Dann gehts weiter. So, dann gehts dahin. Dann haben wir schon 1200 Liter. Oder 1200. Ja. 1200 Liter. So da. So. So. Und jetzt dahin. Aber das holen. Jetzt voirいきます. Wenn ihr die Folge seht, bin ich schon auf meiner Geburtstagsfeier. Das wollte ich noch einmal sagen. ich weiß euch nicht gleich in die kommentaren antworten so 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 Was ist das? Ja, das wird. So, muss man den noch mal leerladen und gehen wir weiter, ich will jetzt pressen gehen, so da, jetzt gleich leer, so und dann können wir wieder auf die Sette fahren. So, jetzt wird wieder da doch her. So, jetzt kommt die Sette fahren, dann kommt die Sette fahren, dann kommt die Sette fahren, dann kommt die Sette fahren. stinken nicht nur folge machen oder machen wir noch die band fertig und dann ist die folge zu ende so meine lieben freunde ich hoffe es hat euch die folge gefallen wenn ja dann lasst gerne ein like da und wenn ihr keine weiteren videos mehr verpassen wollt dann könnt ihr es gerne abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten folge bis dahin macht's gut, ciao